24 72 und 144 das sind die zahlen die mich zurzeit auf facebook ja ein bisschen abnerven und ihr habt am fan gesehen b ihr habt am titel gelesen und c ihr habt vielleicht mein letztes video gesehen das noch gar nicht mal allzu lang her ist und langsam könnte man meinen das ist ja ein ganz böser bub der stanley aber kommen zum punkt ich bin jetzt tatsächlich für eine woche auf facebook gesperrt gesperrt heißt in dem sinne ich kann nichts mehr kommentieren liken auslachen herzen geben whatever ich kann einfach nur noch beiträge lesen immerhin mein konto existiert noch aber so langsam muss ich mir gedanken machen was folgt nach einer woche kommen da erst zwei wochen kommen dann drei wochen oder kommt direkt ein monat vielleicht gibt es den ein oder anderen da draußen von euch der da schon erfahrung gemacht hat man liest ja immer so aus der politischen szene die ein oder anderen die mal wieder eine 30 tage sperre bekommen haben aber bei mir finde ich ehrlich gesagt doch langsam lächerlich erinnert euch wie gesagt vielleicht einmal letztes video falls nicht hängig am ende dieses video noch mal dran da könnt ihr noch mal reinschauen dort hatte ich den kommentar gepostet der gemeldet und akzeptiert wurde und für den ich ein drei tage drei tages band eine drei tage sperre bekommen hatte der war absolut lächerlich wegen mobbing und belästigung könnt ihr euch gerne noch mal anschauen am ende des videos was ihr zu dem kommentar zu sagen habt der witz bei der sache ist auch diesmal bekommt meine info ihr kommentar verstößt gegen unsere was weiß ich was belästigung und mobbing es wird nicht angezeigt der kommentar ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgeschaut ich hatte eine kleine diskussion mal wieder ihr kennt ja dies denn kursionen auf youtube in einer youtube gruppe und ich habe den chat verlauf mal gescreenshottet ist mir ja auch wurscht ist ja eigentlich öffentlich und ein post von mir fehlt und deswegen vermute ich dass dieser post gemeldet und geahndet wurde kann ich jetzt natürlich nicht beweisen was da drin stand im gegensatz zum letzten posting weil es wird einfach nichts angezeigt bei facebook da steht ihre informationen zu dem kommentar aber es wird nichts angezeigt aber ich möchte die situation gerne noch mal aus meiner sicht erklären ich bin ja in diversen youtube gruppen und in den youtube gruppen tummeln sich zum größten teil nicht nur zum größten teil leute die gerade mit youtube anfangen wir haben die die wie locker wir haben die gamer wir haben die anboxer etc pp jeder fängt halt mal irgendwann klein an und das sind halt auch viele leute dabei ja die haben noch sehr wenig abbrust kaum klicks wie es halt jedem mal erging von uns und jedem neuen ergehen wird und da ist eine junge frau in einer gruppe die ist mir schon ein paar mal aufgefallen man muss es ehrlich sagen also okay es hört sich jetzt böse an also mein für meinen geschmack ist der content schrott es gibt wahrscheinlich leute die sich sowas anschauen für meinen geschmack und auch für viele andere ist der content schrott aber darum soll es nicht gehen jeder kann ja machen was er möchte aber diesmal wird sogar mir zu bunt sie hat mal wieder ein ja ein video gepostet wie grüne curry pastete empfiehlt und natürlich ging es unter dem video auf facebook direkt ab ich lese jetzt mal hier zum beispiel mal ein paar vor machen wir haben wir dann jetzt sehr glaub glaubt das soll uns beibringen wie man am besten auf sich aufmerksam macht ist es in deiner wohnung so kalt hast du mitzutragen muss oder hast du eine klatsche warum schaffst du es eigentlich deine videos sauber ordentlich aufzunehmen das sind schon ein paar gelöscht worden hat auf jeden fall da hat die gesellschaftliche unterschied wieder ein opfer gefunden ja blablabla alles ist es ist ja nicht das erste video von ihr wie gesagt die leute gehen da immer schön drauf es ist wirklich mist aber man man muss die leute ja deswegen nicht beleidigen es gab zwei fälle der eine typ ich sehe es gerade ich wollte es eigentlich vorlesen der hat seinen kommentar schon gelöscht das habe ich nämlich gestern schon gesehen ich wollte nämlich unter seinem beitrag hat mir eine diskussion dann wollte ich posten auf einmal ging es nicht mehr habe ich geschrieben hey andere kritisieren aber die wahrheit nicht verkraften und er hat sich dumm gestellt und weiß nicht warum hat er hat seinen kommentar gelöscht bei dem ersten typ aber ich glaube nicht dass er das gemeldet hatte der meckert bei jedem bei jeder gestalt rum wo ihm das video nicht gefällt macht er unten drunter dummen kommentare hier hat er auch geschrieben ich weiß gar nicht ob ich das habe ich glaube ich nicht gescreenshotet weil es um die person nicht ging er hatte auch so geschrieben ja schrott video und bla 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 da hat das video ziemlich runter gemacht und ich habe dann drunter geschrieben warum er denn so reden muss es kann doch jeder machen was er will dann sagt er ja gut kann jeder machen was er will aber es müsste ja wenigstens sinnvoller content sein und bla bla ich gehe dann auf seinen kanal der typ hat vier videos online hat weniger abos als diese frau die frau hat vielleicht 60 57 60 abos der hatte unter 50 und nur vier videos glaube ich waren es und ich sage so eh was willst du denn von ihr sage ich sie hat mehr abos und viel mehr klicks als du sagte die hat nicht mehr klicks sage ich ja lernen mal rechnen guck dir mal ihre videos an und rechne mal die klicks zusammen und rechne mal bei dir zusammen dann siehst du sie hat mehr abos und mehr klicks sage ich warum machst du denn ihre videos runter dann sagt dennoch ja 55 abos oder was die hat das sind ja alles nur vollidioten bla bla sag ich wie kommst du jetzt dazu die abonnenten als vollidioten zu bezeichnen vielleicht gefällt denen das halt sage ich dein content scheint ja auch nicht allen zu gefallen sonst hättest du ja auch mehr abos und klicks er hat sich natürlich dann super was drauf eingebildet weil der bekannte youtuber trimax sein video kommentiert hatte wahrscheinlich weil er die stadt verlinkt hatte vielleicht wohnen die in einer stadt ist mir ja wurscht um den typ ging es jedenfalls nicht auf jeden fall hatte ich mit dem halt auch eine diskussion und er hat dann halt auch irgendwann nichts mehr gesagt weil ich finde es halt absolut lächerlich wenn man ein kleinerer youtuber ist mit weniger abos weniger klicks dann richtig man kann ja kritik es gibt immer kritik sachliche kritik und irgendwas schlecht reden niedermachen und so weiter ins beleidigende gehen ins beleidigende ging meiner meinung nach wie gesagt auch hier der eine kommentar von diesem komischen typ ich versuche das mal anzuklicken hier der mit der mütze ist es in deiner wohnung so kalt dass du mit zu tragen muss oder hast du eine klatze so man muss dazu sagen ich möchte das bild jetzt natürlich hier nicht aus persönlichkeitsrechten einblenden die frau hat immer so eine stoff mütze an und wie gesagt du weißt ich hatte die haare hat für klatze ich habe dann drunter geschrieben vielleicht schon mal daran gedacht dass sie vielleicht eine chemotherapie hinter sich hatte ja und deswegen mit zu trägen weil sie sich vielleicht schämt oder so letztendlich kam raus die hat haare und hat hat die mütze nur so immer an als markenzeichen oder so keine ahnung ich habe sie mir hat vielleicht eine chemo hinter dir ein bisschen mehr empathie und so weiter also sieht man das eigentlich hier noch jetzt habe ich verrutscht warte mal ja genau hier einfach mal paar ecken weiter denken bevor dumme sprüche kommen so dann schreibt er natürlich gleich an die der andere vogel die sie doch heiraten du superheld aus dieser gruppe weil ich jetzt einmal was geschrieben habe so er schreibt dann hier der einzige der dumme sprüche geworfen hat was du habe ich irgendwo anzeichen gemacht dass ich eine dumme frage gestellt habe nein du bist hier er gerade der dumme weil ich habe normal gefragt lerne erst mal mit menschen umzugehen so dann habe ich der post der halt fehlt ich habe erst geschrieben es wäre eine normale frage gewesen wenn der letzte satz nicht gewesen wäre wenn er einfach gefragt hätte warum trägst du eine mütze aber dieser zweite satz oder hast du eine klatze geht ja gleich wieder auf äußerlichkeiten und möchte ja jemanden wie nennt man das möchte jemanden angreifen damit meiner meinung nach sagt mir gerne wie ihr das seht so er hat hier so dieser drum da wurde ausgeblendet ah ja genau ich habe dann irgendwann geschrieben ich habe geschrieben dumm kein fragezeichen kein ausrafezeichen dumm ich nenne dir ein beispiel weil er hat so ein selfiefoto vom spiegel abfotografie ich gebe ein beispiel warum fotografierst du dich im spiegel ab frage oder hast du etwa keine freunde frage habe ich geschrieben jetzt lesen wir nur den ersten satz als eins als alleinstehenden satz und dann lesen wir beide sätze was für ein unterschied das ausmachen kann das erste ist eine ganz normale frage warum fotografierst du dich selbst im spiegel ab und wenn man das zweite hinten dran hängt oder hast du keine freunde geht ja gleich wieder ins angreifende und der kommentar wurde meiner meinung nach gemeldet als belästigung und mobbing so und das finde ich jetzt eine absolute frechheit man muss die gesamtsituation sehen da wird eine person angegriffen von mehreren leuten ich verteidige diese person ohne beleidigend zu werden oder sonst was sachlich sachlich verteidige diese person die oberflächlich gesehen gemobbt wird und belästigt wird von diesen kommentatoren und mein kommentar wird gemeldet und ich werde eine woche gesperrt weil der kommentar unter belästigung und mobbing zählt oder muss ich sagen applaus applaus facebook während diesem jahren während dieser aktuellen zeit haben die wahrscheinlich alle bots aktiviert die es nur gibt da wird gar nichts mehr geprüft da wird einfach akzeptiert und gesperrt also wenn ihr da draußen ein paar feinde habt stalk die mal ein bisschen auf facebook und meldet mal alle ihre kommentare als belästigung wenn ihr glück habt werden die halt auch einfach weggesperrt weil ich habe das gefühl es wird einfach null geprüft und man kann auch nirgendwo einspruch einlegen und das ist natürlich wieder ein hammer und wenn man das natürlich so rum erzählt auf facebook facebook und was weiß ich wo instagram da steht man natürlich da wie der letzte internet rambo und es ist ja nicht so dass man facebook braucht ich kann es ja auch noch lesen aber der mensch ist doch natürlich meistens dazu veranlagt dass er sich mitteilen will dass er kommentieren will dass es einen senf dazu geben will und das nervt doch dann schon ein bisschen deswegen habe ich auch ein anderes facebook profil dass der ein oder andere wahrscheinlich von euch schon kennt und schon eine anfrage bekommen hat das habe ich nämlich dann dafür genommen um damit zu kommentieren und videos zu teilen und et cetera pp und das war im grunde genommen diese langweilige geschichte von heute also wenn ihr jetzt eine woche lang von mir auf facebook und in meinem real name nichts hört wisst ihr bescheid warum und mal gespannt was als nächstes folgt